Norddeutscher Rundfunk 2021 Jennifer sieht wieder Bombe aus. Wieder, ne? Ja, der Ohrring sitzt jetzt richtig. Der Ohrring sitzt jetzt richtig, ne? Jetzt wirst du die Superbombe. Du bist richtig. Ich bin aufgeregt und gespannt. Alle Kandidaten zu sehen, alle Potenzial zu sehen und den X-Factor zu finden. Und jetzt bei X-Factor. Oh, das ist geil. Ich heiße Wolfgang, aus Berlin, habe ich geboren in Wien. Ich bin Komponist, habe 102 Alben gemacht, habe 12 Filmmusiken gemacht. war Schauspieler des Jahres, war in Berlin und Wien und Hannover und Stuttgart und Pipapo. Ich war Tänzer bei Fina Pausch. Wo man natürlich Balletttänzer ist und man ist nicht schwul, hat man natürlich unglaublich viel zu ficken. war schon der beste Schauspieler der Welt, warst du schon gewesen? Der beste Tänzer der Erde, warst du schon gewesen? Was ist das? 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 Was ist das?